Herzlich Willkommen, Johannes Flüter! Herr Flüter, wir haben Angst. Die Deutschen haben Angst um ihr Erspartes. Die Banken geben ja kaum Zinsen. Und wenn wir Pech haben, dann ist bei der nächsten Krise das ganze Geld komplett futsch. Was sagen Sie denn als Investmentprofi? Sollte man überhaupt noch Geld aufs Sparbuch legen? Ja, also Sie können Geld überall drauflegen. Auf die Kommode, auf den Tisch und zur Not auch auf ein Sparbuch. Man darf's bloß nicht drauf einzahlen. Ah ja, also daran denken. Ja, wo sollte man es denn dann hintun, reintun? Ja, es gibt eine Anlagefonds mit der Risikogruppe 0,0. Ein Sparstrumpf. Ja. Ja, Strümpfe sind ja jetzt eher was für die Füße, würde ich sagen. Ja, und manche Aktien sind eher was für den Arsch. Also das gibt sich nichts. Ja, aber... Es muss ja irgendwas geben. Also was gäbe es denn jetzt für Leute? Die wollen Geld anlegen. Was gibt es an sicheren und einigermaßen lukrativen Anlageformen? Ja, also alles mit einer garantierten Wertsteigerung. Also alles, was mit Sicherheit teurer wird. Strom zum Beispiel. Also jetzt in den Windpark investieren? Ja, nee, nicht ganz. Sie können Ihre Altersvorsorge auch mit diesem Kompaktstromspeichern bestreiten. Ja. Wissen Sie den Unterschied zwischen einer Batterie und einer griechischen Staatsanleihe? Nein. Die Batterie hat auch eine positive Seite. Sehr schön. Äh, gut. Was gibt es noch? Benzin. Benzin? Ja, Benzin. Der Benzinpreis ist in den letzten Jahren um 25 Prozent gestiegen. Das schaffen Sie mit keiner Aktie. Ich habe mir selber gerade gestern in Bremen 5 Liter gekauft. Ja. Die kommen jetzt 100 Jahre ins Bankschließfach und dann kann ich mir Bremen damit kaufen. Es funktioniert mit allem was teurer. Könnte auch mit Zigaretten funktionieren, die werden auch immer teurer. Ja, korrekt. Also theoretisch ist die Lunge von Helmut Schmidt mehr wert als Fort Knox. Also ich habe mal neulich einen Kunden beraten, der hatte so sein ganzes Geld in so eine Sachwerte investiert. Der hat sich erst ein Einfamilienhaus gekauft, dann 100.000 Liter Benzin, so in Tanks im Keller gelagert und noch mal eine Million Zigaretten. Und da würden Sie jetzt sagen, das ist eine sichere Anlageform? Ja, also er hätte bloß nicht versuchen sollen, eine von den Zigaretten im Keller zu rauchen. Was gäbe es denn da, was auch Feuerpolizei gibt? Ich habe einige Bekannte, die in Wein investieren. Würden Sie das auch raten? Wein? Ja, Wein ist eine gute Anlage. Also mit einer richtigen Flasche kann man im Laufe von 10 Jahren so locker 1000 Euro Gewinn machen. Mit 10 Flaschen dann dementsprechend 10.000 Euro und mit 11 richtigen Flaschen kann man sich HSV nennen. Das ist doch was. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Johannes Lüter. Schön, dass Sie da waren.